Dann wenn nur einer bei euch zurückschreift, lasst das... Oh mein Gott! Fahrrisch, Mann, geh! Dann bleibt nicht mal stehen, Alter! Leute, was geht ab, Leute? Vor der Grusel, Hogor, Labyrinth, Villa, was auch immer, die wir heute machen. Tatja hat sich eine GoPro umgeschnallt. Ihr seht dann auch vor Ort unseren Blickwinkel, wie wir da durchgehen. Wir sind echt gespannt. Wir warten noch in der Schlange, aber echt viel los. Da ist überraschenderweise echt viel los. Schauen wir mal! So geht's! Wunderbar! Willkommen in der Wille eines Grauens! Ich habe euch schon erwartet. Ich hoffe, eure Anreise war nicht allzu beschwerlich. Euer Aufenthalt wird es gewiss. Bleibt zusammen! Oh mein Gott, Jungs, da... Denn wenn nur einer von euch zurückbleibt, lasst das... Oh mein Gott! Wunderbar! Dann lasst mich mal hinter euch! Jede Flore im viel Vergnügen! Ich bin mega! Danke! Wunderbar! 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 Ich glaube, die werden uns auf einmal rausmachen! Wunderbar! Wir haben einen Biergängen in die eigene Seite! Ja! Wunderbar! Ihr habt das Ziegel gebrochen und jetzt? Jetzt seid ihr hier und werdet nicht wieder hinauskommen. Soll ich mal gehen? Soll ich mal gehen? Darf ich mit ihm spielen? Das sind noch ein bisschen Sachen. Ich war jetzt dran genug vorne. Ja lass mich nach vorne, Alter. Okay, was ist hier los? Was ist denn hier los, Mann? Du bleibst nicht mal stehen, Alter. Du Dänisch Scheiße. Ich habe mich nur 18 Mal erschrocken. Okay, was ist hier, Mann? Hau ab! Oh mein Gott! Geiler Typ, Alter. Geiler Typ, Alter. Alter, schön. Schön, der noch nicht. Geiler hier ist echt. Ja, jetzt glaube ich, Tati ist wieder dran. Hey, hau ab! Wo soll ich da durch? Ja, Alter, was schaust du da hinten? Geht einfach durch, Leute. Geiler Typ, Alter! Ja, Nummer beim mal rein! Du kannst dein Weiß her rufen, Alter. Du bist der Weiß her. Ah, mein Gott! Huuu! Haaaaaah! Du bist der Weiß der Tür. Du bist der Weiß der Tür, hab ich gesehen, Alter. Junge, du hast du mal gemacht. Leute, Jungs, ey. Ich kann gerade nicht mehr. Ich habe Angst, Mann. Du bist der Die Hans-Tammerl. da ist doch jemand halt doch dann hallo ja 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 Ja, ich fache! Lauf! Nee! Okay, die Motosäge war krass. Okay, nicht schlecht, damit habe ich wieder gelesen. Das war ein krass. Alter, lass mich in Ruhe jetzt, Alter. Fing dich selber, Mann. Ich dachte mir heute, ich gehe so schnell wie wirklich vorbei. Ja, krass. Dieses lebendige Teil, Alter, der Typ. Einmal habe ich gesagt, es wäre krass, wenn der echt wäre. Auf einmal bewegt er sich. Das wäre krass, Mann. Tati, was geht ab, Mann? Ich bin geschafft, Freunde. Es war zu krass. Du wusstest nicht, wer echt ist. Wenn nicht, dann auf einmal zack. Ne, Mann, hau ab, oder? Da war doch dieser eine große, habt ihr den gesehen? Der kam hinter der Tür, Mann. Ja, Mann, der hat dich ernst erwischt. Richtig von hinten. Der hat mich ernst erwischt. Wie lebendig tatsächlich. Ja, Mann. Wir machen draußen noch Fazit, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn die Jungs nicht beruhigt haben. Es war relativ kurz. Ja, Mann. Gott sei Dank. Aber es war echt effektiv. Es war echt effektiv. Alter, dieser Clown war der heftigste. Der Clown war der heftigste. Ja, der war der heftigste. Eindeutig. Der hat sich bewegt. Der hat sich bewegt. Wie eine Maschine. Baris geht an ihm vorbei. Leute, der wippt so. Ja, Mann, das war echt krass, Mann. Aber wie lange, wir gehen nicht schnell. Wir schauen so langsam, langsam. Er wippt so. Gleichmäßig. Ich schaue ihm sogar ins Gesicht. Okay, ich dachte mir vorbei. Gleichmäßig. Auf einmal geht Hans vorbei. Er so. Das war echt krass. Augen geht vorbei. Das wäre krass. Boom. Er bewegt sich. Ja, Mann. Oh Gott, Schock, Alter. Wir haben uns echt böse unterschätzt. Ja, Mann. Echt unterschätzt. Das krasse, er bewegt sich. Und dann auf einmal geht er wieder in seine Position. Und dann macht er genau dasselbe. Dann denkst du mir auch, Junge, was ist denn mit dem los? Leute, wippen. Wippen ist nicht einfach so, sondern... Aber gleichmäßig. So wie eine Maschine. Gleichmäßig. Ja, Mann. Manche haben so Körper... Unglaublich. Ich dachte mir, was ist denn mit dem los, Alter? Was ist denn mit dem los? Platz zwei war dieser Sägetyp. Der war auch krass. Das war der Große. Der war hinter der Tür. Ja, Mann. Wie groß? Holger Barisch, geh vor. Ich komm mit her. Er kommt zu mir. Man konnte nicht sicher sein. Wenn man Erster war, wurde man manchmal erschreckt. Ja, Mitte war der Beste. Wenn man Erster war, wurde man manchmal erschreckt. Also, das war gut. Nein, ich lasse ich sowas. Nein, das ist gut. Holger, was geht, Mann? Der zockt nach Pokémon. Nein, Mann. Leider nicht mehr. Hau rein. Hau rein, Mann. Ich hör Pogo. Verfolgt mich überall. Selbst bei dieser Horrorshow haben wir jetzt einen Ex-Zuschauer getroffen. Grüße gehen raus. Pogo zu, krasse Zeiten gewesen. Komm, gib mir dein Fazit. Fazit Ends gut, Mann. Für einen Zehner, ja, perfekt. Perfekt, Mann. Fast perfekt. Leute, ich habe eine Warteschlange. Ja, okay. Ich rede ja von einer Show. Ja, aber das gehört auch dazu. Planung, Organisation, Location. Ends gut, über eine Stunde gewartet. Aber für einen Zehner, diese Show mit so vielen realen Menschen. War gut, ja? Perfekt, Mann. Leute, wenn ihr eine Freundin habt, die so auf Abenteuer dieser steht, die würdet sich an euch... Drankler, Mann. Es ist perfekt. Dafür glaubt ihr mir. Wenn du ein bisschen neu bist, nicht direkt erstes. Für die erste Date. Ja, Mann. So wie ihr euch geklammert habt. Viertes Viertes Date wäre das beste. Ja, Mann. Ihr werdet es dann sehen, Jungs. Ihr werdet es sehen, Mann. Das war's von uns, Leute. Ich hoffe, es ist alles draußen. Ich hoffe, es ist alles draußen. Leider kein Livestream groß geworden, aber hoffentlich wird das Video gut. Wir versuchen noch mehr so Abenteuer zu erleben. Aber erst mal kommt eine Ansage an Mois. Ja, Mann. Das war's von uns, Leute. Gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo. Checkt die Videos ab. Schaut gerne hier vorbei oder was auch immer in Neugestadt es für Angebote gibt. Und ciao. Ciao.